Hallo, ich bin der Frank Spiegel vom Weingut Ellermann Spiegel aus der Pfalz und ich habe hier die Cuvée Tagdau mitgebracht heute. Das ist eine Weißwein-Cuvée aus Burgundertrauben, aus Chardonnay-Nuxerrois und ein bisschen Sauvignon Blanc mit dabei, was so eine gewisse Fruchtigkeit mit reinbringt. Das hier ist die Allzweckwaffe für Familienfeiern jeglicher Art, für den Abend auf der Terrasse. Es ist nicht mehr ganz im trockenen Bereich und soll im Glas förmlich verdunsten.